Ja, aber das ist nutzlos für mich, zumindest mit dem Charakter hier, weil ich habe eh keine Zaubersprüche, die ich benutzen kann hier, weil ich glaube ich auch gar nicht die Stats dazu habe. Was ist denn Tanz des Feuers hier? Das, Pyromantie. Ich kann eine ganze... äh, drei kann ich machen. Von Magnus Eigil, dem treuen Anhänger des alten Einzelkönigs erschaffene Pyromantie. Wirkt eine Flamme, die sich im Zielbereich im weiten Bogen bewegt. Das Feuer scheint zu tanzen und lädt seine Opfer ein, es ihm gleich zu tun. Ja, ganz bestimmt nicht. Nicht. So. Was ist das jetzt hier für ein Gerät? Kann ich das benutzen? Untersuchen. Ah, okay, ich kann hier die Keile benutzen. Ich weiß nicht, ob ich das mache. Ich mache es einfach. Vielleicht bewegt sich das Vieh dann und wird lebendig. Oh Gott, es wird zerstört. Ich gehe mal einen Schritt weg. Vorsicht vor Hinterhalt. Ah, okay, das ist eine Art Seele gewesen hier. Sehr interessant. Ich hatte auch letztens, was mir erst nach den Videos aufgefallen ist, ähm... Das ist mir leider zu spät aufgefallen, ähm... Ja, ich hatte... Zum Beispiel hier diese Seele hier habe ich noch nicht eingenutzt, um zu gucken, was man da überhaupt bekommt für die Seele. Und für die Drachenseele habe ich auch nicht geguckt. Also, tut mir leid, das habe ich vergessen. Ähm, ich denke mir schwer, das dann vielleicht bei dem, die sie jetzt hier nachholen, um mal zu gucken, was das für Seelen überhaupt sind. Und das ist hier ein Seelenfragment. Seele der Aschebraut Natalia, die ihren Leib aufgab und den Nebelturm durchstreift. Als Natalia in dieses Land kam, war der König, der sie suchte, verschwunden. Er mutig gab, entmutig gab sie ihre eigene Seele auf und klammerte sich auf die Erbstücke des alten Königs. Oder an die Erbstücke. Deutsch ist schwer. Dies ist nur ein Fragment einer Seele. Es kann in diesem Zustand nicht verwendet werden. Das bedeutet, wir müssen noch, Moment, noch ein paar andere Teile finden, um genau zu sein. Wahrscheinlich noch fünf andere. Wenn wir sechs Götzen haben. Denke ich mal. Und hier stand das andere Arschloch, was ich ja schon mit Fall und Bogen beschossen hatte. Und hier geht es noch ganz tief runter, wie es aussieht. Und wahrscheinlich genauso, genauso hoch dann, oder? Ich kann doch nicht so weit hochgucken, wie es so geht hier. Aber okay. Ja, wahrscheinlich müssen wir hier noch, also insgesamt sechs von diesen Götzen finden. Und dann wird wahrscheinlich der Endgegner erscheinen hier. Diese Natalia oder was das ist. Oder vielleicht wird sich die Tür öffnen. Wer weiß. Alles ziemlich massiv gebaut hier. Ja, ich habe, wie gesagt, keine Ahnung. Keine Ahnung, was jetzt hier alles kommt noch. Hier unten sind noch mehr Aschetypen. Gehen wir erstmal die Richtung hier. Da ist fast runtergefallen. Das hier, Blutfleck. Kann man hier sterben? Okay, der ist direkt hier gestorben. Keine Ahnung wo. Naja. Vorsicht vor Angreifen. Deshalb versucht Nark als Distanzkampf. Ja, machen wir das da direkt mal. Wahrscheinlich ein fetter Gegner drinnen sitzen wird. Oh ja. Was sind das für Typen? Das sind Fässer. Ah, ich habe keine Ahnung, was das hier ist. Vielleicht Sprengstofftypen. Wie ein Donkey Kong oder so. Keine Ahnung, was die Typen hier machen. Ich glaube nicht, dass die umsonst hier rumstehen. Und wenn die sagen Distanzkampf, dann war ich das auch nicht so. Auch wenn die schwer zu treffen sind. Aber so viel Zeit muss sein. Oh Gott, jetzt kommt der Herr. Komm, verpiss dich. Ich weiß nicht, was das für Teile sind hier. Ich vermute mal, das sind Fässer, die die tragen. Und ich glaube, das sind keine guten Fässer, die die tragen. Vermute ich mal. Vor allen Dingen, wenn die für mich zukommen mit den Fässern. Ich habe keine Lust auf Experimente jetzt hier. Ah, muss er jetzt hier abhauen. Das ist echt schwer zu treffen, die Typen. Ich könnte mal jetzt, da bloß noch einer übrig ist, mal gucken, was die machen hier, wenn ich zu nahe komme hier. Ich vermute mal, die Typen haben Sprengstofffässer. Ich weiß nicht, warum die... Ah ja, dachte ich mir schon. Ja, der hat sich glatt mal selbst in die Luft gesprengt. Ist das nicht super? Was für ein Trottel. Und hier sind auch jede Menge Sprengstofffässer. Wäre wahrscheinlich nicht so gut ausgegangen hier, wenn ich jetzt hier reingelaufen wäre. So, und das ist wahrscheinlich wieder so ein Teil, was man ausschalten kann hier. Aber ich finde noch keinen Schalter, vielleicht später. So, gehen wir erstmal in die andere Richtung. Ich muss mir jetzt im Kopf erstmal eine Karte bilden, wo ich überall schon war. Ich glaube hier hinten, das ist auch bloß so eine Sackgasse, wie es aussieht hier vielleicht. Okay. Jetzt dachte ich mir schon, dass hier noch so ein Trottel kommt. Ich hier runterfallen, bitte. Oh oh. Ah, okay. Das ist ein ganz, ganz gerissener Typ gewesen hier. Blöderweise hat er Lärm gemacht, ansonsten hätte ich ihm wahrscheinlich gar nicht. Hört oder so. Neues Talisman, toll. Ja, das ist eine Sackgasse. Hier geht es nicht weiter, oder? Obwohl das sieht... Ah, ha, ha, ha. Das sieht aus wie eine Tür, wollte ich gerade sagen. Und ich hatte recht. Ich glaube ich sollte... Ich weiß nicht, ob ich das zerstören sollte. Wahrscheinlich lieber nicht. So, und hier ist jemand gestorben. Das bedeutet, hier ist wahrscheinlich eine Mimik. Oder irgendwas anderes. Ich vermute mal, hier ist ein Mimik. Ne? Oder eine Falle oder irgendwas vielleicht. Aber wie kann man hier teilweise sterben an manchen Stellen? Zwei Seelengefäße. Ja, die... Da habe ich auch in Massen. Also ich habe bisher noch kein einziges Seelengefäß benutzt. Von daher... Toi, toi, toi. Habe ich bestimmt auch schon zehn oder so. Alter schimmernder Lebensstein. Und verwelktes Dämmerungskraut. Das ist jetzt nicht unbedingt der Super-Loot, der hier gewesen ist. Aber... Vielleicht ist ja noch mehr versteckt hier. Aber die Tür war sehr offensichtlich gewesen hier. Hat man gut gesehen. Gucken, ob es sowas noch mal später gibt. Also sollte ich vielleicht mal ein bisschen die Augen aufhalten. Hätte mich stark gewundert, wenn hier nichts gewesen wäre weiter. Und nicht hier runterfallen. Ich glaube, das ist extra so gemacht, dass die Leute hier runterfallen. Dass das Geländer hier schon ein bisschen eher aufhört. Und dass man dann schön... Tschalalala, bumm, weg. Ich denke mal, das wird schon so gemacht sein von den Entwicklern. Den traue ich alles zu hier bei Dark Souls. So, die Frage ist jetzt... Kann ich jetzt hier vorbeigehen? Oder werde ich getroffen? Ne, ich werde nicht getroffen. Das ist gut. So. Nehmen wir einfach mal vorbei und hoffen wir, dass jetzt irgendwann mal... Falle voraus. Wo ist die Falle? Ich würde am liebsten eine Feuerbombe werfen. Habe ich denn eine Feuerbombe? Dann könnte man das Problem elegant lösen. Feuerbomben sind nochmal gut. Ich glaube, ich habe auch einige hier. Sehr schön. Was ist Dark Souls ohne Feuerbomben? Und tschüss. Oh, fuck. Sehr gut. Sehr gut. Sehr gut. Tja, und dann dürfte die Falle eigentlich erledigt sein hier. Denke ich mal. Es sei denn, es kommen irgendwelche Typen und sprengen mich hoch. Vorsicht vor Feuer, aber... Oh Gott. Leck mich doch am Arsch, diese Mistviecher schon wieder hin. Ja, das Problem ist... Ich treffe die wahrscheinlich von hier nicht. Mit Pfeil und Bogen. Aber vielleicht geht es mit einer Feuerbombe. Man weiß ja nie. Und... Oh, fuck. Ich bin mal hier drunter. So. Und tschüss. Sehr gut. Alle Feuerbomben lohnen sich hier bei den Fieschern. Sehe ich schon. Feuerbomben sind gut. Fuck. Noch mehr. Einer ist tot. Mit der zweiten Tüße erschießen. Warum nicht? Mann, Mann, Mann. Das sind aber auch teilweise wirklich fiese Gegner hier. Was ist das überhaupt hier? Ist das Gold? Nee, das sind Steine oder irgendwas. Ja, wird Zeit, dass ich hier einen Schalter finde, um den Mist abzuschalten. So, denn hier schön ist. Gelobt sei die Sonne. Grace the Sun und so. Ja, wie gesagt, ich habe keine Ahnung, ob ich jetzt überhaupt auf dem richtigen Weg bin hier. Also bis jetzt ist alles machbar. Hier unten ist schon Arschloch. Ist das der Einzige, der hier steht? Ja, sieht gut aus. Ist der Einzige noch und geht wahrscheinlich auch schnell tot. Und tschüss. Wow, ein Bex. Ich wollte gerade sagen, wenn der das überlebt, das ist eigentlich relativ schwach. Feindliche Horte. Ach, gut, dass es den Online-Modus gibt hier. Unten ist schon der Rastet-Wichser. Direkt schon assimilieren. Oh, er schießt mit Feuerbomben hier. Unglaublich. Feuerbomben also. Das ist immer ganz billig. Das ist ein ganz billiger Trick. So, das ist der Feuerbomben. Werfen schon mal weg. Ich hoffe jetzt nicht, dass hier noch ein Haufen andere Typen unten stehen. Einer. Einer. Einer ist machbar. Sag ich schon mal. So, komm mal bitte her. Eigentlich wollte ich Backsteppen, aber man kann nicht alles haben. So, was haben wir denn jetzt hier? Alles gut, alles gut. Wie gesagt, ich bin noch geschädigt vom Hauptspiel von Dark Souls. Chest is plus 8. Also man kann hier wirklich seinen Titanite sparen bei dem DLC. Jede Menge geupgradete Waffen schon hier. Zufluchtsort voraus. Und dann rechts. Und links ist noch irgendwas, wie es aussieht hier, oder? Ja, okay. Nee, links ist nix. Wäre blöd, wenn ich jetzt sterben würde. Ah, ist gut. Wir haben ein Feuer gefunden. Das ist die Hauptsache. Gott sei Dank. Weil wir sind ja ein ganzes Stückchen gelaufen jetzt. So, und bevor ich das jetzt hier weiter spiele, das Level, werde ich erstmal noch ein Stück zurückgehen. Wo bin ich überhaupt hier? Oh, das sind bloß zwei Levels diesmal, wie es aussieht hier, oder? Aber dafür fünf Bonfires. Unglaublich. Und eins. Also es ist ein großes Level, wie es aussieht. Und ein kleines. Wahrscheinlich der Endgegner. Ja, das letzte DLC war ein bisschen mehr hier, muss ich sagen. Das waren wenigstens drei Levels. Aber dafür auch bloß jeweils drei Bonfires. Also das ist wahrscheinlich ein großes Level, einfach nur. Es sei denn, es kommt noch irgendwas mehr hier. Also ich glaub's bald nicht. Also das ist, glaub ich, zwei, zwei große Levels. Oder ein großes und ein kleines Level. Zwei Bonfires haben wir schon gefunden. Ich geh nochmal zurück ins erste Bonfire, weil... Ich glaube, dass ich da noch was vergessen hab zu suchen. Und das würd ich schon gern noch finden. Weil ich direkt halt nach unten gesprungen bin. Aber kann sein, dass vielleicht auch überhaupt nichts groß war. Außer vielleicht ein kleiner Schatz oder irgendwas. Weil, wie gesagt, hier hinten hab ich zum Beispiel noch gar nichts gesucht. Und ich hab auch das Gefühl dieses Mal... Was ist das Gegner? Fuck. Ah, ist ja fies. Hat zum Glück nichts abgezogen. So. Schmelzkeil benutzen. Haben wir schon den zweiten gefunden hier von diesen... diesen Teilen da, oder was das ist. Mal einen Schritt zurück wieder. Ja, er hat's da GTA 4 gestoppt. Ist das nicht schön? Gut hinhaben, aber unmöglich, ja. So, haben wir noch einen Teil gefunden hier. Hier hinten ist noch irgendwas. Da dachte ich mir schon, dass ich gleich noch irgendwas vergessen hab. Ja, ich hab wie gesagt keine Ahnung... Keine Ahnung, wie das jetzt gebaut wird. Und ich werd... Oh, fuck. Ich hasse Finstergeister. Gehen wir nochmal direkt zum Bonfire zurück. Ich glaube, das ist ein Computer-Dings da. Computergeist. Da wird höchstwahrscheinlich entweder von hinten, oder... Ich weiß nicht. Wahrscheinlich von vorne angeschissen kommen. Aber vielleicht steht doch einfach nur da unten sinnlos rum und wartet auf mich. Das kann auch sein. Aber eh, der mich jetzt von hinten überrascht, dann... Oh, ich hasse Finstergeister. Da sterbe ich fast immer an den Typen. Ah, ist er ja. Oh, fuck! Fuck, das ist auch noch ein beschissener Mensch, oder? Ja, super, perfekt. Du bist ein blödes Arschloch. Oh, ich hasse Menschen. Ich bin so schlecht im PvP. Ja, und dann wird man natürlich... Das erste Mal sterben... Ja, stirbt man das erste Mal durch einen menschlichen Spieler. Ist doch super. Das ist ein richtiges Arschloch gewesen. Er war noch unsichtbar. Der hat sich mit Chamäleon wahrscheinlich verzaubert. Oh, gut, dass ich ihn noch gesehen hab. Er hat nämlich daneben geschossen beim ersten Mal, glaub ich. Wurde daneben getroffen. Das ist ein Penner, ist das, ey. Mal ganz im Ernst. Hat sich da hinten versteckt. Direkt neben mich. Ich weiß nicht, was der hier hatte. Wahrscheinlich irgendein Zahnrad oder was, das sich versteckt hat hier. Find ich ein bisschen assig hier, aber es gehört zu Dark Souls halt dazu. Ist halt so. So, wenn ich jetzt hier runter gehen würde, würde ich wahrscheinlich genau da ankommen, wo ich die ganze Zeit lang gelaufen bin. Und hier... Hier hab ich keine Ahnung, wo ich hinkomme. Nix. Ring der Geschicklichkeit. Hm. Na, gucken wir mal. Vielleicht ist es ein guter Ring. Vielleicht auch nicht. Ring des Bindens. Hm. So, wo ist der Ring der Geschicklichkeit hier? Ja. Ring der Geschicklichkeit. Jogsring. Blitzkleinring. Das sind alles die alten Ringe. Und das ist erhöhte Geschicklichkeit. Ein merkwürdig verformter Eisenring. Erhöhte Geschicklichkeit seines Trägers. Der alte Eisenkönig herrscht über ein großes Eisenzeitalter. In seiner Macht vermochte er das Eisen nach Belieben zu foben, als gebiete er über die Kräfte der Schöpfung. Ja. Sinnlos. Brauche ich nicht, weil ich brauche Stärke. Ich brauche auch Stärke-Ringe eigentlich. So, also im Prinzip bin ich jetzt fast umsonst gestorben. Abgesehen von dem Ring halt. Den ich hätte schon mal Zeiten holen können. Ja, dann geht es jetzt weiter. Zum zweiten Bonfire. Gucken, wie lange das halt ordentlich ist. Ich vermute mal wieder so zwei, drei Stunden, wenn man gut spielt. Und wahrscheinlich vier, fünf Stunden, wenn man so spielt wie ich. Und einige von euch dürfen ja wissen, wie ich meistens so spiele. Meistens ein bisschen vorsichtiger. Meistens ein bisschen vorsichtiger. Ähm. Schau gerne mal ein bisschen in den Levels rum, ob ich vielleicht was vergessen habe oder so. Wie ihr wahrscheinlich wisst. Und jetzt gucke ich mal, was es hier gibt. Ah, hier ist ein Arschloch. Geht ich aber nicht. Oh, fuck. Hä? Wie hat er mich getroffen jetzt? Oder ist hier noch ein anderer? Hä? Seht ihr das? Da kann mit sein... Da kann seine Hand abreißen und über das Ding drüber schießen, wie es aussieht. Ist das nicht fies? Und hat irgendwas getötet. So, dann machen wir mal die Truhe neben mir. Geht's um das Titan Knight. Ja, den Typen werde ich wahrscheinlich auch gleich noch töten können hier. Ziemlich seltsame Gegner hier, muss ich sagen. Ziemlich seltsam. Ich bin mir nicht sicher, ob der Weg jetzt hier hinten zufällig dahin führt zu dem Typen. Aber ich denke mal, das wird eher ein Endgegner sein hier. Ne, wird's nicht. Sehr gut. Ist wahrscheinlich der Weg, den ich eh gehen muss jetzt hier. Ah, das ist fies hier mit diesem Arschloch hier, weil er mich da überfallen hat. Und dann noch mit Chamäleon, weißt du, dass man schön, schön blind ins Verderben rennt. Weil ich hab den Typen echt nicht vorher gesehen, wo der stand. Der hat die ganze Zeit wahrscheinlich gewartet. So, hier ist noch ne Tür. Vielleicht sollte ich hier erstmal noch... Ah, okay. Dann hätte ich mir das schon sparen können. Dann muss ich hier lang. Wer stirbt hier eigentlich die ganze Zeit? Irgendwas stirbt hier jedes Mal. Das sind wahrscheinlich diese Fassgegner. Die irgendwo rein rennen. Irgendwas Feuer oder so. Vermute ich mal. Was ist das hier? Hm. Naja, wie auch immer. Muss man die Leiter benutzen. Ist wahrscheinlich ne Abkürzung vielleicht später. Sterbe ich wegen so nem bescheuerten Arschloch. Und da ist wieder so ein blödes Fass. Ich glaub, die werde ich immer aus der Entfernung versuchen zu töten hier. Oh, fuck. Doppel-Fuck. Oh, Gott. Das ist fies. Das ist Wahnsinn. Wenn die Leute Lockup. Untertitelung des ZDF, 2020